Heyo, hier ist Ronja und wir spielen heute Zombies, was ich vorher noch nicht unbedingt gespielt habe. Und wir spielen jetzt auch Aliens und ich will Zombies. Schmeckst du gut? Danke, freie Zeichen. Ja, genau, danke ist gut. Ich weiß nicht, wie reagiert man auf sowas? Weiß ich nicht, hier ist deine Waffe, du musst Zombies erschießen. Ah, okay, ich kann damit erschießen, es ist ein Alien. Achtung, hinter dir. Hinter mir? Warte, gibt's Teamwaffe? Ach, du bist hinter mir. Nein, dann hinter hier, aus der kleinen Ecke kommen sie natürlich raus. Warte, guck da hinten. Es ist schlimm, wenn ich dich anschieße, die Aliens sehen ursinnig aus. Nö, du kannst mich ruhig erschießen, Ronja, das ist gar kein Thema. Ich bin's gewohnt. Das freut mich. Ah, die haben voll viel Resistenz, also die muss man schon oft anschießen, ne? Ja, ja, es ist eigentlich bei dir auch ein bisschen, oder liegt das an mir? Was? Nö, nö, ich glaub, bei mir liegts nicht. Ach so, okay. Ich bin nicht sicher. Da kommen wieder Zombies. Aber es sind Aliens, genau. Wir sind hier in einer Alien-Apokalypse. Richtig. Und, äh, ist ja auch wahrscheinlicher als eine Zombi-Apokalypse. Zombi-Apokalypse. Bist du eigentlich auf eine Apokalypse vorbereitet, Izzy, ha? Ja, ja, ja. Ich hab mir, ich hab mir 20 Kilo Reißsäcke gekauft. Jetzt klaut ihr einfach meine Methoden hier. Sauerei. Das war meine Idee. Hast du eigentlich ein Instagram-Foto davon gemacht? Das wolltest du doch machen, Ronja. Nee, aber vielleicht mach ich's. Vielleicht mach ich's. Wissen die Zuschauer, wovon wir gerade reden? Nee, also, ähm, meine Theorie ist ja, also nicht meine Theorie, aber ich hab einige Vorkehrungen getroffen für den, für den Ernstfall. Und, ähm, dadurch, dass die lokalen Supermärkte ja ausverkauft sind, was Sachen angeht wie Nudeln, Reis, hab ich eine gute alternative Strategie gefunden. Und zwar sind das die Asia-Märkte. Die haben Reißsäcke so 20, 30 Kilo. Da kann man einfach zuschlagen. Die sind auch nicht ausverkauft. Ja, 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 da gehst du zum Asia-Markt, nimmst du auf jede Seite einen 20 Kilo Reißsack. Und dann geht's wieder nach Hause. Und dann geht's wieder zum Asia-Markt. Und nochmal. Ja. Wie baut ihr das hier zu? Äh, sneaken, du musst dich hierhin sneaken. Ah, oh, und dann kann man das zu machen und dann bleibt es zu? Äh, ja, ja, dann bleibt es zu, exakt. Nee, das stimmt nicht. Also doch, die machen das halt kaputt, aber solange bis sie es kaputt machen, bleibt es zu. Es kommt nachher auch ein Raumschiff an, das wird ziemlich cool. Ehrlich? Oh, cool. Ja. Das ist voll gut. Und dann holen dich die Alien und so nehmen dich mit auf ihren Heimattplaneten. Ich bin voll der Expert. Ich hab früher richtig gerne so diese, äh, Defense-Spiele gespielt, so in Starcraft oder sowas. Ja? Fand ich voll gut. Ich bin auch voll der Experte. Ah? In allem eigentlich. In allem. Ja, ja. Hm. Wenn du mal irgendwie Unterstützung brauchst, äh... Ich kann alles. Nein, aber du kannst die wirklich Weißdäcke tragen. Und wenn ja, wie viele? Das ist eine wichtige Frage für meinen Clan. Nein, das ist eine Sache, weißt du. Ich kann doch nicht alles. Schade. Dann bist du leider nutzlos in der Zombie-Apokalypse. Weil jeder weiß... Ey, so nutzlos bin ich gar nicht. Hast du dir schon eine neue Waffe gekauft? Äh, nee. Komm mal her, du kannst hier eine Schrotflinte kaufen. Wo sehe ich denn, wie viel Geld ich hab? Ähm, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber... Ronja, hier, hinter dir. Wo? Hallo, hier. Ah! Ja, bin ich. Jetzt klicke hier einmal drauf, da ist so eine Schrotflinte. Ähm, rechtsklicken zum Kaufen. Du hast eine Schrotflinte gekauft. Ist die besser? Ähm, die ist von Nahkampf ganz gut, ja. Oh, okay, das ist gut. Und doppeltes Gold sehe ich da. Oh, ja. Und du kannst Flächenschaden mit der machen. Boah. Die macht Feuer. Das ist ja verrückt. Das ist wie ein Raketenwerfer. Das fühlt sich mehr an wie ein Raketenwerfer, als wie eine Schrotflinte. Den gibt es nachher, glaube ich, auch noch tatsächlich. Ehrlich? Ja, ich glaube schon. Sollte Spieleentwickler werden. Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Okay, Runde 7, die sind voll gut. Oder ist Runde 7 sowas, wo man... Ich glaube, es gibt 50. Auch. Aber wir sind... Wir sind ein gutes Team. Ah, Zombie! Nein, Alien meine ich. Alles gut. Die lügt einfach. Ist gar kein Zombie. Meine Katze miauht, weil die will raus. Ich habe gerade gedacht, das wärst du gewesen. Nein. Oh nein, wir müssen shoppen gehen. Komm mit. Warte. Nein, Shopping. Notfallshopping. Okay, Notfallshopping. Ich habe die Kiste betätigt. Wie kann man denn in die Kiste hinein? Okay, jetzt. Schnell. Geht shoppen. Es ist gerade ausverkauft. Warte, es ist ausverkauft. Du musst schnell... Bitte versuch es, wenn er fertig ist. Ja, es ist zu spät. Ich glaube, ich habe es nicht gekriegt. Ich habe nur viele rote Nachrichten im Chat. Zimmermann! Ah, jetzt sind alle... Ne, jetzt sind alle Dinger hier geschlossen worden. Das bedeutet Zimmermann. Es tut schon ein bisschen weh, die abzuschießen. Die sind so niedlich. Findest du? Ja, guck mal, die kleinen... Vor allem die grünen. Also nicht die mit dem großen Ender-Auge, aber die grünen mit den drei Augen, die sind super cute. Das stimmt wirklich. Wenn du dich entscheiden könntest, auf welchem Planet du leben kannst, wo würdest du gern leben? Also... Außer Erde halt. Ja, ja. Also ich meine, wahrscheinlich... Am wahrscheinlichsten ist ja Mars, dass es klappt. Deswegen gehe ich mal für den Mars. Würdest du... Der Mondplanet? Ja, aber auf dem Mond kannst du ja nicht überleben. Mars steht deine Chancen, glaube ich, höher. Ja? Ja, ja. Ich meine, das war... Das ist gut zu wissen. Dann ab auf den Mars mit dir. Ab auf den Mars... Ey, das haut mich. Nein! Easy. Was ist los? Nein, du bist tot! Das Alien hat mich geboxt. Ich werde wiederbelebt? Oh, Leute. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Nein, ich sterbe! Ich dachte, das ist jetzt einfach vorbei. Ach so, nee. Nein, du kannst wiederbelebt werden. Wolltest du schon die Abmacht machen? Nö. Ja, Pech. Nee, ich war schon frustriert, dass ich nach fünf Minuten gestorben bin. Ich wollte schon sagen, jetzt machen sich die Leute... Ich bin tot! Okay, warte, ich kann nicht... Mann, ja, hilf mir! ...wenn ich das Alien hier getötet habe. Hinter sie sind zwei andere. Ah, also noch mehr! Ich bin schon wieder tot. Nein! Warte... Oh Gott, wir sind alle im Leben. Wir sind alle im Leben. Vielen Dank, liebe Mitspieler. Jetzt guck hoch! Da ist das Alien-Raumschiff. Voll cool. Voll cool. Du solltest dir mal Rüstung kaufen. Die gibt's hier übrigens. Oh, oh. Ja, siehst du, ich wusste das nicht. Das ist nicht meine Schuld. Hier. Wie kaufe ich denn Rüstung? Verbesserung 1. Einfach raufklicken. Ey, auf mich zu boxen. Ich glaube, ich habe Rüstung. Ich glaube, ich bin sicher, diesen überall... Ja, hast du, aber... Du bist tot. Ich wurde niedergesägt. Nee, niedergestreckt. Niedergesägt? Was? Ich habe mich verlesen. Niedergesägt ist gut. Ich habe gedacht, ich wurde niedergesägt. Aber ich so, wer sagt denn niedergesägt? Oh nein. Wie geht's bei dir? Hast du schon viele Zombies abgesägt? Ich habe schon eine ganze Menge... Nein, Rodja, was machst du denn? Ah, wird niedergesägt. Mit sich die ganze Zeit, weißt du? Ja. Hätte ich auch mit jemand anderem spielen können. Das ist, was die Zuschauer nicht wissen, ist, wir haben ja hier noch einen Geheimagenten mit drin, der uns wiederbeleben kann. Ja, das ist der hier, genau. Der auf die Date drüben. Damit wir, wenn wir beide sterben, nicht auf das... auf unsere Mitglieder angewiesen sind. Nicht auf den Sieg verzichten müssen, weißt du? Ja, genau. Ja, richtig. Ja, weil manchmal weißt du ja nicht, ob die dich wirklich wieder... Gott, bin ich schlecht in dem Spiel. Die sind aber stärker, gell? Oh, was geht? Ich will dir eine bessere Waffe kaufen. Ey, jetzt kann mich schon aliens die richtig schießen und so. Ah, weißt du, was mein Problem ist? Nein. Ich habe, ähm... Du kannst das Spiel nicht. Ja, das auch. Ich habe mehrere Probleme. Mein Problem war, meine Schrotwinte war leer. Deswegen konnte ich ja gar nicht schießen. Alles klar. Ich habe jetzt erst mal Munition gekauft dafür. Oh no. Ja, das sagt einem ja auch keiner hier. Das weißt du ja auch nicht, wenn du es noch nicht erlebt hast. Ja, das stimmt. Das hätte ich dir wirklich sagen können. Ja, das ist hier ganz offens... Guck mal, jetzt läuft's. Ja. Wir sind gar nicht mal schlecht. Runde 2. Zack. Ich finde, wir sind sogar gut. Wie viel Geld hast du jetzt? Hast du noch genug, um dir was zu kaufen? Ich wüsste, wo ich das nachkaufen könnte. Ja, du kannst hier zum Beispiel dir eine Rüstung kaufen. Eine neue. Goldrüstung müsstest du dir kaufen können. Das würde ich mal machen an deiner Stelle. Warte, ich werde noch angegriffen von so einem fliegenden Auge. Hier, wir holen uns mal instant kill. Und dann können wir die einfach hier so... Hier. Rüstung. Ich habe eine Goldrüstung jetzt, aber ich habe nicht genügend Gold. Aber ich habe sie auch gekauft gleichzeitig. Ich bin nicht sicher. Ja, sehr gut. Habe ich sie jetzt? Bin ich golden? Sieht man das? Du bist golden. Ja, ja, doch. Du hast die Goldrüstung gekauft. Du hast die Silberrüstung. Ist die besser als die Goldrüstung? Die ist ein bisschen besser schon, die Eisenrüstung. Aber die kannst du auch gleich kaufen, glaube ich. Ah, okay. Da bin ich ja bereit. Es sei denn, du stirbst. Nein, nein, ich werde niemals sterben. Ich bin noch nicht bereit. Ein bisschen überwürdig. Ich will leben. Aber Runde 13. Ja, gut. Verrückt. Sehr schön. Dass es so einfach geht, ha? So, mach mal die Dinger zu am besten. Halte Schleichen zum Reparieren. Bam. Hinter dir ist ein Zombie. Ich kämpfe, glaube ich, an den... Ah. Guck, ich würde schön an den Ausgängen kämpfen können, aber nein. Weil die kommen aus dem... Nichts. Und dann machst du gar nichts mehr. Komm, hier. Zack. Ah. Und zack, bitte. Oh Gott, hier war irgendwas Explosives. Ja, die Clowns, die können TNT schmeißen, glaube ich. Ach, das wäre schön. Ich finde es gut, dass die alle auf dich gehen. Ich finde es gar nicht gut, dass die alle auf mich gehen. Ach, was? Ich bin leicht besorgt. Mach dir nichts, was? Aber ich bin schon lange nicht mehr gestorben. Das stimmt. Jetzt, wo du Rüstung gekauft hast. Jetzt, wo ich Rüstung gekauft habe, läuft es auf einmal so viel besser. Ja, merkwürdig. Oh, das Rüstung wurde geöffnet. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Was heißt das denn? Können wir da jetzt rein? Ähm, ja, hier vorne. Das wurde geöffnet. Und du kannst hier deine Waffen verzaubern, dass sie besser ist. Hier vorne. Ah, okay. Wenn du genug Gold hast. Das weiß ich nicht, wenn du genug Gold hast. Doch, hast du. Habe ich? Ja, hast du. Du hast gerade erst verzaubert. Und was macht sie jetzt? Ähm, besser und schneller schießen. Ah, voll gut. Boah, den habe ich ungenietet. Ey, die Zombies sind so laut, ich höre dich nicht. Ehrlich? Ja. Boah. Es wird immer mehr. Also, das mit der Waffe, muss ich sagen, ich glaube, das rechtet mich hier ganz schön, weil sonst wäre ich schon dreimal gestorben. Ziemlich sicher. Ja. Voll. Oh Gott. Welche Runde kommt man denn normalerweise so? Also, du als erfahrenerer Zombies-Spieler als ich. 200. Du hast gesagt, es gibt nur 50. Was glaubt ihr, dass ihr das gewährt habt? Die Welt lügen. Nein. Sauerei. Ich wollte eine ehrliche Antwort. Hat mich versprochen. Ich meinte 800. Nein, okay. Ich würde sagen, so 20 kann man schaffen. 20 kann man schaffen? Wollen wir 20 versuchen? Wir versuchen 20. Okay. Ja. Da ist ein Zombie. Ja. Ist gar kein Problem für mich. Die Slimes musst du töten. Die sind furchtbar. Zombies. Es ist ja auch ein Alien. Ja, richtig. Das sind keine Zombies und Alien. Weißt du, ich glaube, Zombies würde ich auch einfacher töten, aber bei den Aliens da, denke ich mir halt immer, hm. So eine fremde Lebensform ausrotten, so ne? So was muss man ja nicht machen. Also, pff. Ne, wer macht denn sowas? Ist ja unhöflich. Eigentlich finde ich gemein. Ja. Überleg mal, die kommen hier als Gäste her. Ja, genau. Und dann? Böchtest du sie quasi in deinem eigenen Haus. Das dacht man nicht. Sie und ihre Kinder. Nein! Reden, Papi! Oh nein, Rodja. Die sind gefährlich. Ich wurde vom Riesen niedergestreckt. Oh mein Gott. Die sind richtig. Von denen musst du dich fernhalten. Ah! Hab ich wohl nicht. Ich bin doch für die Ausrotterung der Lebensform. Die rotten uns ja auch aus. Guck mal, hier hinten kannst du Wachs kaufen, desto schneller laufen kannst du sowas. Warte, ich zimmer hier nochmal kurz die Ausgänge zu. Als verantwortungsvoller Erdenbürger halte ich mich ja hier. Oh, hier sind Slimes. Du hast gesagt, die sind böse. Ja, Slime. Oh mein Gott. Geh bloß weg da. Die machen ja gar nichts. Ist doch auch nur einer. Ah, nein! Das fliegende Auge. Das fliegende Auge ist, glaube ich, viel schwieriger für mich, weil das treffe ich nicht. Ich bin nicht so gut in Minecraft-Zielen. Ich finde, das geht ganz gut eigentlich. Ja? Ja. Okay, dann liegt es an mir. Dann liegt es an mir. Dann liegt es halt an meinen Fähigkeiten. Meinetwegen. Wichtige Frage. Ist meine Waffe, bleibt die eigentlich verzaubert oder geht die irgendwann wieder zurück? Weil die fühlt sich jetzt schwächer an. Aber es kann auch sein, dass die Ziele einfach stärker geworden sind. Wahrscheinlich sind die stärker geworden. Die bleibt so, wie sie ist. Okay. Aber wie viel Gold hast du? Du hast 3000. Du kannst dir hier erstmal neue Rüstung kaufen. Guck mal hier. Ja, mach ich doch. Also, Rüstung. Sehr gut. Sehr schön. Und dann kannst du hier mal mit hinkommen. Hier kannst du dir nämlich extra Leben und sowas kaufen. Oh. Klicke mal hier drauf und dann kauf dir mal Geschwindigkeit und Schnellfeuer am besten. Ich verteidige dich so lange. Schnellfeuer. Ja. Und Geschwindigkeit habe ich nicht genug Gold für, leider. Ach, echt? Ja, ich bin schon wieder pleite. Oh, no. Nein! Oh, bist du tot? Unser Lebensretter wurde niedergestreckt. Nein! Oh Gott, schnell. Oh Gott, guck mal, wie viele das sind. Guck mal, das ist eine richtige... Oh Gott. Okay, er lebt wieder. Sehr gut, sehr gut, Izzy. Das ist eine Horde. Das ist ein richtiger Mieter. Nein, ich muss shoppen gehen! Ich muss shoppen gehen! Was passiert in diesem Alltag auch manchmal, dass du einfach immer losrennst und sagst, nein! Schnell! Shoppen! Warte! Ja, 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 guck mal, denn das ist so ein Sonderangebot, du kannst draufklicken, sehr gut. Okay. Wenn da so ein Sonderangebot ist, du kannst ja, was sollst du machen, so, ne? Dann musst du halt mal alles stehen und liegen lassen, weißt du, sitzt gerade auf Klo, hast den Arsch noch nicht abgewischt und dann gehst du halt shoppen. Ja, nein, klar, also das kennen wahrscheinlich auch viele von den Zuschauern. Das ist ja eine Situation. Du kannst ja einfach Klopapier kaufen! Klopapier Sonderverkauf! Mein Dad hat eines von diesen japanischen Klos, wo du gar kein Klopapier brauchst. Der war sehr stolz, als er das erzählt hat. Ich finde, die sind richtig cool, aber die sind doch teuer, oder? Oh, das weiß ich jetzt nicht, ich hab's ja nicht gekauft, das war ja mein Vater. Aber ich meine, es ist eine Investition, ob du jetzt 200 Packungen Klopapier kaufst oder so eine japanische Toilette, musst du halt wissen, ne? Ehe? Achso, das war so ein, äh, ne? Ich weiß nicht, wie die heißen, die Schwebedinger, die so komisch krietschen. Runde 19! Das ist voll gut. Wir haben's gleich geschafft, gleich sind wir Runde 20. Dann können wir in Frieden sterben, easy. Richtig! Ah! Oh! Die sind schon wieder, die folgen einem, wie, als wär's schon ein Magnet. Ja, ne? Ah! Oh nein, nicht die Tintenfische! Nicht die Tintenfische! Die machen einen blind! Oh, ehrlich? Nein. Ja, ja. Okay. Lass die bloß nicht an die Runde kommen. Bis jetzt geht's ganz gut. Oh, das ist krass! Voll gut! Ein richtiges Gemetze! Man steht einfach nur da und schießt ganz traurig mit seiner Schrotflinte und hofft aufs Beste. Oh, da quietscht schon wieder einer. Oh, da sind zwei jetzt davon. Meine Waffe hat keine Ammo mehr. Warte, wo kann man auch die Shotgun kaufen? Wii U, Wii U, hier. Schrotflinte, Munition. Runde 20! Zeig, wir haben's geschafft! Haben wir? Ja! Ja, wir haben's geschafft, wir sind Runde 20. Jetzt müssen wir die Runde noch überstehen. Jetzt haben wir schon gewonnen, liebe Zuschauer, ja? Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Gewinner der Herzen. Viele denken ja, Zombies hört auf mit... Ah! Oh, bist du tot? Oh Gott. Riesen Eisengole! Junge! Ähm, McDonalds-Mitarbeiter. Nein! Domi ist tot! Oh, nein! Das ist nicht gut wohl. Ich kann mich um ihn wiederbeleben. Weiß ich nicht. Du versuchst dich zu verteidigen. Du bist hier in der Ecke, gell? Ja, ja, ich bin in der Ecke. Nein, Riesenzombie! Geh weg! Oh Gott, wo war's? Oh, ich bin tot. Nein! 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 Ich bin tot. Ich bin vom Schweinezombie niedergestreckt worden. Aber Runde 20. Und ich vom Riesenzombie. Und das Spiel ist vorbei. Aber wir haben unser Ziel erreicht. Das heißt, ähm... Yeah! Ihr könnt jetzt einen Daumen hoch da lassen. Und, äh, wenn ihr sowas gerne nochmal sehen möchtet, dann sagt Bescheid. Ich hab gehört, Isi ist Expertin in vielen verschiedenen Spielen. Ja! In allem! In allem! Sag dich doch! Ich glaub, das ist sogar meine Twitter-Bio oder sowas. Expertin in allem. Sehr gut. Das behaupten Leute scheinbar gerne von sich. Naja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal und Isis Kanal. Der ist unten in der Infobox verlinkt. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!